Ehrlichkeit ist eine der wertvollsten Tugenden, die ein Mensch besitzen kann. Sie bildet die Grundlage für Vertrauen, tiefe Verbindungen und authentische Beziehungen. Doch in unserer Welt, in der Täuschung und Unehrlichkeit oft die Oberhand gewinnen, kann es schwierig sein, wirklich ehrliche und aufrichtige Menschen zu erkennen. Woran merkst Du, dass jemand wirklich ehrlich ist und nicht nur eine Fassade aufrechterhält? In unserem heutigen Video zeigen wir Dir 8 Zeichen, die Dir helfen können, einen ehrlichen und aufrichtigen Menschen zu erkennen und zu verstehen, was diese Eigenschaft so wertvoll macht. Wenn Du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. 1. Sie sind authentisch und bleiben sich selbst treu Ein ehrlicher Mensch ist authentisch. Er verstellt sich nicht, um anderen zu gefallen oder Erwartungen zu erfüllen. Stattdessen bleibt er sich selbst treu, unabhängig davon, wer ihm gegenübersteht. Diese Authentizität zeigt sich in kleinen und großen Dingen, von der Art und Weise, wie er spricht, bis hin zu den Entscheidungen, die er trifft. Ein ehrlicher Mensch wird immer die Wahrheit sagen, auch wenn diese nicht immer bequem ist, weil er weiß, dass Ehrlichkeit der einzige Weg ist, um echte Verbindungen zu schaffen. 2. Ihre Worte und Taten stimmen überein Ein weiteres klares Zeichen für Ehrlichkeit ist die Übereinstimmung von Worten und Taten. Ein ehrlicher Mensch sagt nicht nur, was er tun wird, er tut es auch. Diese Übereinstimmung zeigt, dass er nicht nur redet, sondern auch handelt. Er weiß, dass seine Worte Gewicht haben und dass es wichtig ist, sie mit Taten zu unterstreichen. Diese Verlasslichkeit schafft Vertrauen, denn Du weißt, dass Du Dich auf das, was er sagt, verlassen kannst. 3. Sie geben Fehler zu und entschuldigen sich aufrichtig Niemand ist perfekt und ehrliche Menschen wissen das besser als jeder andere. Wenn sie einen Fehler machen, geben sie dies offen zu, anstatt Ausreden zu suchen oder die Schuld auf andere abzuwälzen. Sie haben den Mut, Verantwortung zu übernehmen und sich aufrichtig zu entschuldigen, wenn sie jemanden verletzt oder enttäuscht haben. Diese Offenheit und Bereitschaft zur Selbstreflexion zeigt, dass sie sich selbst und andere respektieren und dass sie bereit sind, aus ihren Fehlern zu lernen. 4. Sie sprechen auch unangenehme Wahrheiten an Ehrliche Menschen haben den Mut, unangenehme Wahrheiten anzusprechen, auch wenn es ihnen schwerfällt. Sie wissen, dass es manchmal notwendig ist, schwierige Gespräche zu führen, um Missverständnisse zu klären oder Probleme zu lösen. Anstatt Konflikte zu vermeiden oder die Wahrheit zu beschönigen, wählen sie den Weg der Ehrlichkeit, weil sie wissen, dass dies auf lange Sicht die beste Lösung ist. Diese Offenheit kann manchmal unbequem sein, aber sie ist ein Zeichen für tiefes Vertrauen und Respekt gegenüber anderen. 5. Sie haben keine Angst, Nein zu sagen Ein ehrlicher Mensch hat keine Angst, Nein zu sagen, wenn er etwas nicht will oder kann. Er wird sich nicht dazu drängen lassen, Dinge zu tun, die nicht in seinem besten Interesse liegen, nur um anderen zu gefallen. Diese Fähigkeit, klare Grenzen zu setzen, zeigt, dass er sich selbst und seine Bedürfnisse respektiert. Er weiß, dass Ehrlichkeit auch bedeutet, ehrlich zu sich selbst zu sein und dass es in Ordnung ist, sich abzugrenzen und Nein zu sagen, wenn es nötig ist. 6. Sie sprechen offen über Ihre Gefühle Ehrliche Menschen verstecken ihre Gefühle nicht. Sie sind offen und transparent darüber, was sie empfinden, sei es Trauer, Freude, Wut oder Enttäuschung. Diese Offenheit schafft eine tiefe Verbindung, weil sie es anderen ermöglicht, sie wirklich kennenzulernen und zu verstehen. Ein ehrlicher und aufrichtiger Mensch wird nicht zögern, dir zu sagen, wie er sich fühlt, und er wird dich ermutigen, dasselbe zu tun. Diese emotionale Ehrlichkeit ist die Grundlage für tiefe und bedeutungsvolle Beziehungen. 7. Sie sind nicht manipulativ Manipulation ist das Gegenteil von Ehrlichkeit und ein ehrlicher Mensch wird sich niemals auf manipulative Taktiken einlassen, um seine Ziele zu erreichen. Er wird nicht versuchen, dich zu täuschen, dich zu kontrollieren oder dich in eine Richtung drängen, die nicht in deinem besten Interesse liegt. Stattdessen wird er offen und direkt mit dir kommunizieren und darauf vertrauen, dass Ehrlichkeit der beste Weg ist, um zu bekommen, was er will. Diese Integrität macht ihn zu einem verlässlichen und vertrauenswürdigen Freund oder Partner. 8. Sie handeln nach ihren Überzeugungen Ein ehrlicher Mensch bleibt seinen Überzeugungen treu, auch wenn es schwierig wird. Er wird nicht seine Werte oder Prinzipien opfern, nur um anderen zu gefallen oder sich anzupassen. Diese Integrität zeigt sich in allem, was er tut, von den Entscheidungen, die er trifft, bis hin zu den Beziehungen, die er pflegt. Er weiß, dass Ehrlichkeit nicht nur darin besteht, die Wahrheit zu sagen, sondern auch darin, danach zu leben. Diese Authentizität macht ihn zu einem Vorbild für andere und zu jemandem, auf den du dich verlassen kannst. Unser heutiges Fazit Ehrlichkeit als wertvollste Tugend Einen ehrlichen Menschen zu erkennen, kann manchmal eine Herausforderung sein, aber es gibt klare und deutliche Zeichen, die dir helfen können, echte Ehrlichkeit von Täuschung zu unterscheiden. Authentizität, die Fähigkeit, Fehler zuzugeben und der Mut, unangenehme Wahrheiten anzusprechen, sind nur einige der Merkmale, die einen ehrlichen und aufrichtigen Menschen auszeichnen. Diese Eigenschaften schaffen Vertrauen und ermöglichen es, dir, tiefe und bedeutungsvolle Beziehungen aufzubauen. In unserer Welt, die oft von Unehrlichkeit und Täuschung geprägt ist, ist es erfrischend und inspirierend, einen Menschen zu treffen, der wirklich ehrlich ist. Und wenn du diese Zeichen erkennst, kannst du sicher sein, dass du einen wertvollen Menschen in deinem Leben hast, auf den du dich verlassen kannst, in guten wie in schlechten Zeiten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald! Zusehen und bis bald! Zusehen und bis bald!